Warte zwar, da schaue ich doch mal schnell selber nach. Na komm, mach hin. Da hat er ein zweites Ding geöffnet. So, dann schauen wir mal schnell. Hmm. Und das Bayernspiel hat begonnen. So, jetzt schauen wir mal. Oh Mann, er lädt schon wieder so lange? Hm, ich würde doch nur schauen, ob ich online bin. Aber ich glaube, ich bin online, ne? Ja, da bin ich ja. Sehr schön. Okay, gut, das läuft. Dann kann ich das schließen. Aber dann können wir ja mal loslegen. Gehen wir nochmal aufs Startbildschirm. So, los geht's. Okay, wir müssen mal den Atz Nexus. Geht das wohl mit der Musik, oder ist die zu laut? Jetzt kommt es wieder aufs Startbildschirm. So, jetzt kommt es wieder aufs Startbildschirm. Oh mein Gott, ich will keine Wissen-Media-Karten. Ich will Survivor-Karten. Ich will Survivor-Karten. Moin Kart. Patrick. Servus. Du, äh... Geht die Musik, oder ist die zu laut? Hört ihr mich reden? Hum-Hört ihr mich mal? Also Patrick, falls du was schreibst, ich kann es nicht lesen mal wieder, keine Ahnung warum. Ahhhhhhhhhhhhhh Servus Patrick. Ja, mal wieder, ne? Du, äh, passt es mit der Musik-Lautstärke oder ist die zu laut? Wirst du mich da nicht reden. Alter, es kann nicht sein, ich habe den 4-1 gehabt. Ja, Kraft hat den Film schon mal geteilt. Scheiße, ey. Keine Ahnung. So knapp. Ah, toll, verloren. Ach, leck mich doch, Mann. Du bist der einzige Zuschauer gerade, Patrick. Äh, wie gesagt, äh, hört man mich denn gut oder ist die Musik zu laut? Oh, cheater kam. Ja, da hast recht. Aber kannst du mal meine Frage beantworten, ob du mich hörst oder die Musik zu laut ist? Das würde mich jetzt mal gerne interessieren. Oh, alles klar. Oh, jetzt hat er einen Liefstleiter. Oh, 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 oh. Krass, 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 krass. Okay, aber das kann auch mit deiner Internetleitung zu tun haben, oder? Muss jetzt nicht an mir liegen, oder? Ach, ist klar, gleichstand, er leckt mich doch. Mann, ey, die werten sich immer alle auf, wenn wir nicht. Na, bohla. Na, bohla. Komm, Tempo, komm, 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 jawohl, gehen wir mal auch, sehr geil, sehr geil. Okay, also kann es an mir liegen, dass es leckt, Servus Sven. Servus Samu, wie geht's dir, komm, probieren wir es, jawohl, komm jetzt, das müssen wir gewinnen, das müssen wir gewinnen, hi Nabil, komm, das müssen wir gewinnen, das müssen wir jetzt gewinnen, komm, Kasma, komm, hau mal aus den Scheiß, nein, das gewinnen wir, yes, jetzt hackt ihn, komm, hackt ihn, hackt ihn, ja, volla, ka-ching, nein, darfst nicht jemand heben. Oh, okay, also kann es an mir liegen, oder was? Liegt es vielleicht an mir, dass es so leckt, ich weiß es nicht, aber eigentlich... Oh, fast. Hm, liegt es vielleicht an der Musik? Ich weiß es nicht, aber eigentlich ja nicht. Eigentlich habe ich ja immer noch die gleiche Internetleitung, also kann ich mir nicht vorstellen. Hm, ja, es ist komisch, verstehe ich auch nicht. Ich habe jetzt nur die Musik an, ansonsten hätte ich jetzt nichts anderes an, was sonst... Aber die Musik kann doch nicht lecken, oder? Ich habe eigentlich mal gehört, dass wenn es leckt, dass es dann eigentlich an eurer Internetleitung liegt. No, danke dir auch, Sven. Ah. ... Das ist klar. Ah, das klappert Dreck. Ach mann. Servus, wir wählen. Äh, Finn, entschuldigung. Ach mann, jetzt packt der Roman Reigns aus. Scheiße. Ach, mann. Ach mann. Ach mann. Ach mann. Ach mann. Ach mann. Ach mann. Oh, kein Tag Team. Kein Tag Team. Kein Tag Team. Ah, Tempo. Ja, sehr schön. Kein Tag Team jetzt. Kein Tag Team. 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 Jetzt kommt es wieder. Kein Tag Team. Kein Tag Team. Kein Tag Team. Das war harter Tobak. Kann mir mal einer schreiben, ob denn noch jetzt jemand drin ist, ob das leckt oder ob es reibungslos läuft. Dinoplay. Bist du grad online? Oder bist du grad hier drin im Stream? Kannst du mir das sagen? Okay, da nicht. Ach, Mann, ist doch scheiße. Liegt es vielleicht an der Musik, ja? Hm. Ja, Mann, ja, Mann. 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 Scheiße, wenn ich vorher gedämmert bin, ohhhh. Scheiße. Schau, hört denn nichts los hier, oder was? Demo, wenn du das hier gerade hörst, kannst du mir sagen, ob das Stream laggt oder normal läuft, würde mich mal interessieren. Und dann, 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 dann. Dann, 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 dann. Wahnsinn, wahnsinn. Wahnsinn. Das ist zu geil. Was soll ich denn da machen, ey, es ist doch scheiße. Jedes Mal werden sie sich auch aufwählen. Fuck, ey. Alter, 2800 Tempo, was geht mit dir ab? Hm. Entweder der Chat laggt wieder oder schreibt gar keiner was. So, da. Natürlich muss er sich wieder auf. Ach, Mann. Gute Fixe. Werten sich alle auf. Das ist doch zum Kotzen. Ja, wohl, gelb für Bremen. Ja, haben wir verloren. Mann ey, jetzt nervt mich, was ist denn heute los? Könnt ihr jetzt immer mal bitte schreiben, ob der Stream laggt oder nicht. Das wäre sehr hilfreich. Oder vielleicht funktioniert ja gar nicht mein Chat. Schauen wir mal schnell. Kleinen Moment. Ich geh gleich richtig weiter, ich will nur schnell was schauen. Und. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt geht's, jetzt geht's wieder. Das lassen wir mal auf. Holen wir uns mal unsere scheiß drei Picks ab. Natürlich habe ich das gerade nur mit erreicht. Hallo der Mustache-Man. Jetzt kann ich dein Hallo lesen. Wieso fliegen die ab? Ich bin so in hoher. Ich bin so in hoher. Alles klar Patrick. Leckt der Stream noch? Ich bin so in hoher. Wie haben wir? Ich bin so in hoher. I'm so in love with you Clean and move and burn to bed I'm so in love with you Call me, I love you I'm so in love with you Clean and move and burn to bed I'm so in love with you Okay Ah, gosh, I'm so in love with you It's a crazy game I'm so in love with you 1-0 Bayern Thomas Müller Mensch, aus der Ecke Mensch, was ist denn da los, ey? Boom Schön Vollkommen ungedeckt, Wahnsinn Geht der Stream jetzt, Patrick, oder leckt der immer noch? Oh my god Oh my god Fuck Fuck Okay, ich schau ab und zu nicht, dass ich dann doch hier wieder eine Nachricht verpasse Diva Ja komm, das gewinnt man da eher wohl Wenn es immer noch leckt, dann mach ich mal die Musik aus Okay 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 So Okay Okay Ja, das wäre natürlich cool, auch mal für mich hoffentlich, ey. Aber Patrick, leckt es denn noch? Kannst du es diesmal jetzt normal anschauen oder ist es immer noch scheiße? Oh, 4-2-0. Moin, moin, Kaspar. Kaspar, leckt es bei dir oder ist alles okay? Hier kann mir keiner sagen, ob es leckt oder nicht leckt. Ach, das sieht richtig schmatze-schwarz. Also, es leckt, oder? Oder soll heißen, ja, es soll heißen, es leckt scheiße. Mann, ey. Ego, da mach ich mal die Musik aus, vielleicht hilft es das was, aber verstehe ich nicht. Das ist ein Mania-Team, das ist von uns, das ist aus unserem Team. Ja gut, da mach ich mal die Musik aus, vielleicht klappt es ja dann. So, dann mach ich das hier auch mal beenden. Servus, Juice Monkey. Was ist denn los jetzt hier? Leider ist das Team-Fall. So, ich hoffe es klappt jetzt endlich hier mit dem Stream. Dass es keine Licks mehr gibt. Jetzt habe ich alles ausgemacht, was geht. Warte, ich schau noch mal. Äh, ja. Leckt es noch bei euch? Oder funktioniert gerade alles? Nein, Patrick, ist das kein Platz frei. Du kannst ja für deinen Platz frei machen, für den Kasper. Wenn du das willst. Nein. Nein. So. okay das kann es doch recht nicht sein das verstehe ich schon wieder nicht was das sein soll mit dem legen komets patsch das gewinnen wir komets patsch Thomas Böller geht ein Schiri an der Tommy ok streamt der Max auch mein Gott Hauptsache die wehrten sich alle auf außer mein Hund meine Hundlinge hier machen gar nichts gar nichts aber wenn sie sich aufwerten dann an einer falschen Stelle komm jetzt werte ich auf gegen Kanne brauchen wir nichts ach so gut hätte sein können das hat trotzdem streamt warte die mit ihren Android Giant ey das ist doch zum kotzen und Caspar wie weit seid ihr gekommen bei der V2 glaube ich auch wahnsinn neuer ja 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 schön oh hab da noch nicht Holt ihr den noch? Ich weiß gar nicht, was man den noch schaffen kann. Ich weiß gar nicht, was ich weiß gar nicht, was ich weiß gar nicht. 290, ah, ne, jetzt schafft's er nicht mehr. Oja. Plus 5er. Ja, also die Plus 1er, die sind echt... Ähm... Also gegen WrestleMania-Karten, okay, sag ich nix, aber gegen die Survivor-Karten... Also, pfff... Die sind echt ganz schön krass. Also da musst du echt... Boah. Und bis man welche mal findet, ey. So, jetzt... Schon wieder die... Habe ich das gewonnen? Scheiße, ich weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ja, das ist... Das ist klar. Das ist richtig, ja. Ein Android Pro. Na, aber es ist auch so nervig, weil die werten sich alle auf und bei uns oder bei mir hier werten sich keine Sau auf. Na, komm. Sehe, finalisch. Ja, war klar. Ach, wieso mag ich das denn denn? Ach, scheiße. Da, er levelt sich wieder auf. Oh, 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 oh. Okay. Okay. Mein Gott. Na, also so macht es echt keinen Spaß zu spielen. Wenn man echt schon... Hm. Wenn man schon nochmal fast weiß, dass... Mann verliert... So, das verliere ich eh. 4 zu 2. Scheiße drauf, komm. Ah, da hätte jetzt... Ach, scheiße. Hätte jetzt auch wieder jemanden nehmen können, der... Glück gehabt. Ja, gut. Das hätte man auch so nicht geschafft. Du siehst ja, wie ätzend das jetzt hier gerade ist. Schau mal, plus 1 am Match. Ja, 5 zu 4. Das ist doch nicht entschieden, ob ich gewinne. Ja. Da kommt der andere. Schon Halbzeit, oder was? Gut, da haben wir trotzig Dank die Nicky Bella von Patrick. Aber... Das verlieren wir hier? Nee, noch nicht. Wow. 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 Jetzt kommt mal eine geile Survivor Card. Wir kommen jetzt. Ich will gar nicht wissen... Ich will gar nicht wissen, wie viele Resets ich schon hatte, ey. Wahnsinn. So, Jungs. Ich mache jetzt mal kurz eine 5-minütige Pause. Wir sehen uns dann gleich wieder. Tadahä. Ja. Das macht uns ... Ja. 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 Vielen Dank. 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 Ja, top 5, top 5, top 5, 4, das könnte schon noch gehen. So, das ist ein... Ja, das ist ein... Sehr schön. Sehr schön. Ja, das ist ein... Ja, das ist ein... Aber wie gesagt... Ich hoffe, ich habe... Ich hoffe, ich habe... bei dir auch... Schau mal... Schau mal, Patrick... 368,... könnte könnte... Ja, das ist ein... Ich... Ich habe... Ich habe... Ich bin... Ich bin... Kenny... Kenny... Ich... Also, also... 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 Okay... 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 Aber... Aber... Aber irgendwie... Ich habe... 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 bloß ist es halt einfach es gibt, ah, ich weiß es nicht, ey, ouch ist das Ding runtergefallen ach, ist das auch immer geil, wenn das runterfällt, dann äh, nee, es ist einfach ja, ich mach genau die gleichen Videos und äh, weiß ich nicht ach so, bist du doch echt, bist du bei mein Hauptaccount auch abonniert muss ich nur mal schauen hab ich nämlich keine Elke zweite Halbzeit beginnt ja, ich verlose ja jeden Monat was, also kannst du dann wieder mitmachen Kasper, bist du auch noch da ja Es ist so schnell! Alles klar jetzt! Es ist so schnell! Nein, Bayern, was macht's hier denn da? Nee, leider nicht. Nicht jetzt. Da mach ich leider keine Ausnahmen. Ich hoffe, du verstehst das. Ja, das ist halt so. Da, 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 da. Oh. Ich bin der King. Ich bin der King. Ich bin der King. Scheiße hier. Ich brauche einen Survivor-Pick, Jungs. Alles klar, Patrick. Ein Survivor-Pick. So, morgen kommt ja dann Match-Attacks. Äh, Karten. Ich freue mich darauf schon mal. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ähm, das ging aber schnell. Müssen wir da mal sch... Müssen wir da mal schauen. Alter, haben wir's doch nicht. Ähm. Wieso? Was ist im Mai? Kommt Uncharted 4 raus. Ja. Machst du? Ich hab ja geschrieben, am 20. Aber es ist eine alte Serie, ne. Also die neue Serie hab ich jetzt nicht. Weil, ja, erstens ist es, äh, schwer zu bekommen bei Ebay. Da sind sie einfach zu teuer drin. Und, ja, ich werd jetzt erstmal... Wenn, dann werd ich das so machen, dass ich dann für die neue Saison, äh, mich dann daran halte. So wie der Titel, der Kampf ist weg. Habt ihr Glück gehabt? Ach so. Ja, guck ich auch. Alter, was macht ein Neuer? Boah. Aber die Spiele hatten Scheiß, ey. Ja, gut, die Mappe hab ich ja schon. Ach, holst du dir das dann auch, Patrick? Oh, meine Reins. Ey, komm, mach mal jetzt. Ich kotze ab, ey. Okay, cool. Das freut mich, dass das nicht so schlimm ist. Also ich hab 2009, 2010 Matchetags. Dann hab ich 2010, 2011 Matchetags. Dann hab ich 2011, 2012 Matchetags. Dann hab ich, oh, 19, 10, 11, 12, 11, 12, 12, 13. Und da hab ich 14, 15. Nee, ich glaub, ich hab nur bis 12, 13. Und da hab ich 2008 match. Halle, hall貴, 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 million或орот, habe ich, oh,ου, niah, all зарmenthalf hai, w helped me quite now, фф !!!! Oh, Mann. Oh, Scheiße. Natürlich, natürlich wertet er sich auf. Mann, fick dich doch. Ja, das ist... Da macht es genauso wie du, genau. Ach, Mann, die werten sich alle auf. Das macht doch gar keinen Spaß. Mann, ey, verliere ich das Spiel hier. Oh Gott, verloren. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Mann, ey, kacke. Ach, toll. Ja, das hast du toll gemacht, Patrick. So, jetzt wird man Zeit für den 2-0 hier für Bayern. Null. Ich will meinen scheiß Survivor-Pick, Anna. Wo bleibt der? Oh, servus, Montana. Tanzt. Tanzt du durch die Nacht? Hallo. Moin. Servus. Wie geht's? Wie steht's? Nee, die Game Säcke habe ich noch nie abgeholt. Die werden morgen von den Berliner abgeholt. Ja, das ist richtig, Patrick. Noch ein 88er. Mann. Ja, das ist richtig. Meinst du mich, Jens, oder wie meinst du mit Fan? Geil, geiler Abstand, ja, Bayern fährt natürlich, nur der FCB, nur der FCB, ja, ich glaube, er weiß nicht, was du meinst mit der 88, oder Montana? Meinst du, weißt du was, was der Patrick meint mit der 88? Also der Card. Also du auch FCB-Fan, oder? Tja, tut mir leid, dass ich auch ein 88er Baujahr bin. Aber ich wurde schon als Nazi, wie war das? Ich wurde schon mehrmals gefragt, ob ich ein Rechter bin, weil ich eine 88 halt hinter meinen Namen habe. Und 88 heißt der im deutschen Alphabet, ist ja der Buchstabe Nummer 8, das H, und dann zeigen wir mal dem Jens Patricks Karten. Schaut euch mal seine Spiele an. Ja, 46.346 Siege und 12.976 Niederlagen. Der hat insgesamt 58, ja, manchmal 54.000 Spiele insgesamt. Er hat einfach Langeweile. Du hast Chris Sherry-Ko? Oh, das war eine Freebie, oder? Chris Sherry-Ko? Montana tanzt. Ich tanze mit dir in die Nacht. Danke für den Follow. Echt, wie viele WrestleMania-Karten hast du, Jens? Ach nee, das war der falsche. Alles klar. So, jetzt kann ich mich wieder aufregen. Erstmal wieder 100 Stunden suchen. Funky Demons. Machen wir gleich. Ja. Ashley Tiffany ist bestimmt wieder so eine Pornodarstellerin. Machen wir gleich Jens. Machen wir gleich. Die hat mir eine Freundschaftsabfrage schickt. Geil, oder? Äh, was hat... Erzähl ich das gerade erst mal. Ist das aber Farbe, oder? Was die da drauf hat, oder? Was sind das? Tattoos. Wahnsinn. Wahnsinn. Leute haben leider... Ja, voll geil. So, Bayern, jetzt macht's mal was. Die spielen einen Scheiß gerade wieder zusammen da hinten. Mann, oh Mann, oh Mann. Wahnsinn. Wahnsinn, Patrick. Wahnsinn. Ach komm ey, jetzt verliere ich das auch, mann! Sehr schön. Atemlos durch die Nacht. Reicht das? Oh, jetzt komm 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 komm. Ja sehr gut. Wo sind denn hier meine Dieben, wenn ich die brauch? Oh Mann ey. Jetzt verliere ich das schon wieder, jetzt kann das nicht wahr sein. Hey Busfahrer Hermann, Servus. Oh, jetzt können wir es noch rüben. Komm jetzt, komm komm komm. Ach doch nicht Härte. Ja, sehr gut Härte. Oh Gott sei Dank. Boah. 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 Hey, ich hab schon mehr gewonnen. Sonst wär ich nicht der fünfte Platz. Boah. 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 Vielen Dank. Nee, der konnte ja nicht. Das war vorher abgesprochen. Elke, wo bist du? Ach, da. Na ja, hast du ja nur eine Ressimäne in der Karte. So, jetzt macht den Sack zu da. Komm, Bilder. Hauen rein. Das ist scheißegal. Ach komm ey, jetzt verliere ich das. Boah ey, so war das echt hart. Ja, natürlich, war alles Schwalbe, aber mein Gott, ist mir scheißegal. Dafür haben wir ein Vidal, dass er sowas rausholt. Das ist scheißegal. Und so. Oh. Das ist das. Dann sage ich mal, Bayern fährt nach Berlin, ne? Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Oh, Pizza geht, die Pizza geht, jetzt kommt die Pasta rein. Wir sind bei Kusten, Sprint, Sprint, was? Sprint, aber schaffen wir leider nicht mehr, nur mit Plus Einser und die Plus Einser Matches, die sind so schwer, dafür ist unser Deck leider nicht gut genug, oh scheiße, naja. Servus, Maori, ähm, oh ja, muss ich aber auch schon mal länger beim Stream bleiben. So wie der K266. Ja, ich kenne dich, du hast mich ja gefollowt. Wieso willst du ein Foxy Survivor ziehen? Na, super, was ist denn heute los? Also, so sieht unser Stand der Dinge aus, Sprint, oder Sprint, 194. Aber ich muss sagen, Einser Matches sind auch sehr, sehr, sehr schwierig, also, boah. Ich hab's ja grad hier beim Wohnzimmerfenster vorbeifliegen sehen. Ja, das muss ich noch einstellen, Patrick. Ihr habt doch keine Zeit. Heißt Supercard. Dann mein anderer, äh, YouTube-Kanal. Dann meine Familie hier noch. YouTube bist du auch immer dabei. Wie heißt du bei YouTube? Maori? Nein, wir brauchen jetzt einen richtig geilen Witz von dir, Jens. Komm, hau raus. Wow. Witz von dir. Inwil puppy. 24-0. 35-lOME. Oh Oh Jens, da musst du das für das nächste Mal, für den nächsten Livestream, ja Apropos nächster Livestream Wenn jetzt nichts dazwischen kommt, werde ich am Donnerstagabend um 20 Uhr erneut Livestreamen Da kommt ja glaube ich die nächste Road to Glory einzeln raus und da würde ich gerne ein bisschen Livestreamen Also wäre cool, wenn ihr dabei sein werdet wollen, ne? Und bis dahin kannst du dir einen Witz ausdenken, der die Beine übertrifft vom Vergewaltiger und die gelben Säcke Check Check Ey Mauri, welche, wie heißt du bei YouTube? Hast du mich da abonniert oder was? Ich bin, äh, Survivor Oh nein, ich bin der Schlechteste, ey Das war jetzt Ach, natürlich Ja komm, hau raus und Mutter, eine, eine, ein Mutterwitz Oh, das wird schwer Das wird schwer, Patrick Ach so, ja gut, das habe ich jetzt aber nicht mehr in letzter Zeit, äh, hochgeladen, also veröffentlicht Auf Facebook Was soll ich sagen, solche Leute hasse ich Ich hasse euch Scheiß an dir, it's Ryan, ey War das der Freebie Ja, dann hau einen raus, seh ans Deine Mutter hat ein Bein und lässt sich tun Ja, muss ich mir noch überlegen, ne? Ja, Maury, als erstes ist es auf jeden Fall, wenn, dann erstmal der Patrick, also der Kart, 266 dran, weil der bis jetzt bei ihm Livestream dabei war und ja, Sven, Sven. Vielen Dank. Ja, nicht nur bei, ach so, ja, nicht nur bei den Livestreams. Deine Mutter ist Baggerfahrer. Deine Mutter ist Döner. Oh, jetzt kommt das 3-0, wollen wir wetten? Jetzt kommt das 3-0. Oder auch noch nicht. Ach, so viel noch. Ach, okay. Ach. Ach. So. Wegen müssen wir denn jetzt noch hochleveln? Hier nix mehr. Legendare. Ach so, wie schaut's denn da aus? Bei der Rocky. Oh, really? Entweder der Shed funktioniert, war er nicht. oder? Ach. 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 aus Rille Fifa. Genau, wir sind grad beim Mr. Charisma. Auch so ein geiler Trendsong. Richtig geil. Ich bin jetzt hier nur grad, ähm, am gucken, wen ich hier weiter, äh, raushauen kann. Ja, fast 200 Punkte. Fast 200 Punkte. Da, 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 da. Und wie weit seid ihr? Rille Fifa. Ich hab, ich hab eine Frage. Wofür ist das Schloss da? Das verstehe ich manchmal nicht. Warum das manche öffnen und manche wieder zumachen. Könntest du mir das mal sagen? So, jetzt rege ich nicht wieder gleich auf hier. Wow. Nur, nur deshalb ist das da, oder was? Das ist ja Schwachsinn. Wieso sollte man die löschen? Hä? Das verstehe ich nicht. Wieso sollte man die löschen? Hä? Ähm, wird schwer. Okay. Er ist weg. ArbyBark, Jens, ArbyBark. Tempo 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 Ja aber da passt man doch auf also Entschuldigung Tempo 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 Jawohl, komm jetzt müssen wir es mal hier gewinnen damit ich mal hier noch meinen Platz 4 bekomme Ja gut sicherlich, sicherlich ich muss heute noch nach Honolulu zum Briefmarken lecken lecken Ach der gute Franz Nein Mann ey, die powern sich jedes mal wieder auf, das ist doch zum Kotzen Ok, wie viel habt ihr noch vor euch? So langsam geht es nicht mehr auf den Sack mit eurem Mod Ich bleibe Alleinherrschiger hier, Alleinherrscher so Wieso willst du Foxy als Survivor haben? Patrick, hast du die bekommen? Ah, die hast bekommen ne Ja wie viel habt ihr noch vor euch? Wie viele Punkte fehlen euch noch? Wow 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 Servus kam denn Servus kam denn Komm das gewinnen wir, ja wohl Komm das gewinnen wir, ja wohl Komm, powern hoch, ja gut Ich hab gar keine Ich hab gar keine Nächste Match gewonnen, sehr schön So muss es laufen und bei Bayern ist gleich Schluss Bayern hat gleich 2 zu 0 gewonnen Und wir haben das Spiel auch gewonnen, richtig schön Das ist kein Bier, das ist ein Cola Mix von Flötzinger Bräu Schmeckt saugeil Schmeckt saugeil Richtig geiles Gesöff Oh 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 Vielen Dank. Finale, oh, 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 oh. Oh, der Mauri ist schon weg. Komisch. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. So, jetzt komm. Mach euch fährlich da. Fähr. Lacker. Echt cool. Obwohl ich eigentlich nur zwei Zuschauer sehe. Domi 13, danke für dein Follow. Ach komm ey, die 25 Punkte kannst du mir noch schenken. Natürlich. Ja, natürlich. Der Schwalm wird da. Tempo, tempo, tempo. Scheiße. Scheiße. Jetzt komm. Komm, das... 3 zu 4, komm. Auf, 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 auf. Okay, kann man gewinnen, glaube ich, oder? Ich glaube, wir haben es gewonnen. Ja, ich habe einen YouTube-Kanal. Einfach Steffo. Kommisch. Kommisch. Gut. Gut, eigentlich sollte jetzt, wo ich das eingegeben habe, mein Name kommen, aber... Nein, Tobi kommt aus Bayern, das darf ich nicht machen. Das kann ich nicht machen, dass ich meinen eigenen Landsmann aus dem Team haue. Aber das geht einfach nicht. Das verstehe ich aber nicht. Ich habe da extra so eingestellt, dass ich YouTube eingebe. und... Du Luder! Du Drecksau! Ja, voila, wieder zwei Punkte mehr hier in diesem... Hauptsache... Hauptsache, der André kommt, Hauptsache... Ach, André, André... 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 Echt? Hä? Wie der Name kam? Bei mir kam... Bei mir kam nix. Servus, Rote! Hey! So kam der Name... Meeting? Den, 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 den... Ich muss nicht kündig sein, sondern sie verzauen. Ein Schulzater. Es wird dem, äh,... Ja, du hast dann schon vorhin geschrieben, Patrick. Jawohl, wieder zwei Punkte mehr, so muss das sein, so muss das sein. Oh Mann ey, ich will meine Scheiß-Survivor-Scheiß-Karte ziehen. Nee, ich habe das noch anders. Normalerweise, wenn ich YouTube eingebe, müsste da ein ganzer Link kommen. Alles klar. Äh, wieso bin ich jetzt so doof? Oh, YouTube. Wieso? Ah, da muss ich noch mal gucken. Da muss ich noch mal gucken. Da muss ich noch mal gucken. Oder ich gebe das mal so rein. Nee. Hm, naja. Ja, aber, äh, so langsam muss ich mal hier wirklich mal, ne, eine Scheiß-Survivor-Karte ziehen. Ja, das war alles auch das letzte Mal, wo ich dann, wo ich dann das gezogen habe, ne. Sonst habe ich jetzt nichts mehr gezogen. Das ist ja der Scheiß. Nur mein Freebie. Oh, das habe ich falsch. Halt, wartet mal. Wartet mal. Ne, das geht nicht. Okay. Hm. Ja, natürlich, aber... Ich will... Unbedingt. Hallo, Timart. Ja, aber ich brauche mal langsam hier... Jetzt seht's ja gerade mein Deck bei King of Swing. Das bringt mir nix, ne. Ich brauche Survivor-Karten. Erstmal. Also, Pro-Karten. Die legen die an hier, die gehen mir an auf den Sack. Moin, Creepy, Creepy. Dauert mir zu lange. In der Zeit hat ja Tobi schon Rusev und Stalas bekommen. Ah. Ah. Oh, Mama Joy. Hau den Eich in einer rein. Also, den mag ich ja überhaupt nicht. Alles klar, Creepy, Creepy. Alles klar, Creepy, Creepy. Ja, das ist schon klar, aber trotzdem. Ich brauche halt mal vom Scheiß-Board. Hallo, Ex-Cyron. Ähm, ich möchte gerne vom Katzenpapa Kevin Owens haben. Ne. Ja, doch. Ja, Kevin Owens ohne die, die wäre auch geil. Aber die verbräuchte ich ja zweimal, damit ich die proben kann. uhuuu. Also, ebenso alle vorbei. Hä? Ach, Mann. Servus, Damian, Baby 2016. Ja, äh, es geht gerade nicht viel. Ich warte auf Kämpfe für den guten Christen, damit ich den weiterspielen kann. Also, für eine Person kannst du nicht nahe stecken. Was geht bei dir? Na gut, dann möchte ich eine Backhill-Lange, weil die ist geil, die ist geil. Was denn? Mein Arsch ist mal voll. Ihhhhhh. Komm, mach dir näher. Ich will ein... Wie gesagt, ich bin nicht der Team, äh, Chef. Und... Hallo, er ist weiter. Er hat über 300... Über 400 Punkte, glaube ich, hat er sogar, oder? Und mein Problem war heute Nachmittag, oder Mittag. Ich konnte nicht mehr zocken, weil ich kein Handy-Aquamier hatte. Ich habe schon so viel am Vormittag gezockt. Auf Arbeit. Und, äh, mein Handy darf nicht ausgehen, weil ich kenne meinen Pin nicht. Deswegen, da konnte ich da nicht mehr weiterspielen ab 20%, wo ich noch 2 Stunden zum Arbeiten hatte. Ja, LJS Styles ist richtig geil. Die ist richtig super. Die ist awesome. Jo, macht es. Äh, ich brauche noch die Panini-Sticker. Äh, bringst du mir ein Happy Meal bitte mit, ne? Musik Musik Afterwards, Kürzlich Musik Musik Spannung Im Happy Meal. Die sind im Happy Meal. Bei dem Panini-Sticker-Album da ist in der Mitte so eine extra Seite sozusagen und da kommen halt nur die Sticker rein von McDonalds. Das sind 8 Sticker M1 bis M8 und genau. Die brauche ich auch noch. Und die gehen bloß bis zum 12. Mai. Also halt die ran, wenn du mit Fahrrad fährst. Cola natürlich. Ach nee, ohne Gegner. Wenn ich jetzt schon den Ziner nehme, dann äh... Nein, nein, in einer Packung sind ja 5 Karten schon drin. 5 Sticker. Also brauchst du eigentlich nur 2 Happy Meals. MJ. Hey, sag jetzt nicht, du bist Michael Jackson-Fan. 3-0, das fängt doch schon mal gut an. Nee, bei mir gab's so was früher nicht. Dass man die selber auffüllen konnte. Der André. Immer wieder der André. Der geht mir so was von auf den Sack langsam. Ich bin aus dem Alter raus. Alter, hat der noch ein André. Willst du mich verarschen? Oh. Alter, das war doch jetzt gerade Kraft-Tempo. Was soll denn das scheiße? Au. Mann, Alter. 3-0 verballert. Was, was, was? Damian? Ficken? André? Hallo? Ah, André, André. Ah, jetzt verstehe ich. Na, das ist echt so nervig. Also, Wahnsinn. Also der André, der, der geht mir echt auf den Sack. Der dritte. Der dritte. Apo von The Simpsons, oder was? Hä? Hä? Was lauert sie gerade? Was? Was für Schwuchtel? Apo, was? What the fuck? What the fuck? Kannst du mich jetzt nochmal aufklären, wer der Apo ist, oder Apo rett, oder was das hier wieder vorgeheißt? Was ist oft trocken am Start? Was? Servus, Vincent. Vincent. Hau, jetzt Survivor. Survivor. Wow. 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 Ist das ein Deutscher? Ach nee, es ist ja mein dritter Account. Entschuldigung, ich bin ja Apo. Ja. Pff. Wäre schön, ja. Okay, und deswegen hat er 1,2 Millionen Abonnenten, weil er schwul ist, oder was? alles klar. Ich habe halt echt keine Ahnung, wer Apo ist. Was macht er für Videos? Supercard, oder was? Nein. Ich habe die Entschuldigung, das war immer wieder. Ne, oder? Macht er immer Sneaker, ach Gott, und dann hat er 1,2 Millionen Abos, alter, ich fange jetzt auch an Sneakers zu sammeln, ja, 15 Punkte dauern sehr lange. Ich habe auch noch einen Wackeln, aber ich habe noch einen Wackeln. Ich habe noch einen Wackeln, aber ich habe noch einen Wackeln. Sehr gut. Ah, ein Minecraftler. Er spielt eigentlich nur noch du und ich. Patrick, oder? Ich und du, du und ich. Er, Kaka, 46, danke für den Follow. Der kleine Kaka. Wer geht's dir denn? Boah, Patrick, boah. Oh, Fummelchen, danke für den Follow. Nicht, dass wir jetzt hier rumfummeln, ne? Das ist schön zu hören, äh, er, Kaka. Und Fummelchen, bei dir auch alles gut. Und... Ach Patrick, du schaffst ja noch die 15 Punkte. Dankeschön, äh, er, Kaka. Alles klar, Jens. Nein, Damian, das machen wir jetzt nicht. Und ich sage jetzt auch mal hi zu dir, Damian, flüsternd. Und wieso soll ich dir auf die Brille kacken? Ich will doch bloß eine scheiß Survivor-Kaka-Karte haben. Eine Survivor-Karte. Oh, ne, auf mich, auf mich brauchst du auch nicht drauf scheißen. Ich will doch mal hier. es echt jetzt machen wir mal runter hier mein schönes T-Shirt an ich muss ja das Ding hier immer halten, wisst ihr, das ist ja der Scheiß wenn das dann aber runterfliegt dann ist das immer ein bisschen doof deswegen ist das PX22 eigentlich scheiße, weil einfach das Scheißkabel mit dabei ist weil sonst kann ich nichts aufnehmen, das ist ja das Blöde dran mein Lieblingswassler ist ja, eigentlich zu work da rock richtig Patrick nein, so ein Perversling bin ich dann doch nicht auch wenn du es gehofft hättest aber nein nein, 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 nein oh, Stonegold ist natürlich auch ein geiler Wässler, aber ich weiß nicht, so mag ich doch dann schon eine Ecke die war oder mehr oder mehr ich weiß auch nicht warum oh man so, bevor ich das Spiel jetzt hier mache, gehe ich, mache ich nochmal eine kurze Pause ähm, wir reden gleich weiter über Tennis, aber ich gehe jetzt, mache jetzt kurz mal eine kleine Pause bis gleich bis gleich bis gleich Jungen bis gleich bis gleich Vielen Dank. 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 So, ich bin wieder da. Ja, vor allem diese Türen mit diesen schönen Blümchen drauf. Das ist richtig geil. Dafür wurde ich schon mal als Loser bezeichnet. Richtig geil. Ich kann auch vom Balkon bisseln. Das Ticken ist auch immer geil, ne? Das Ticken ist auch immer geil, ne? Was soll ich denn machen? Ich kann sie ja, ich kann sie ja nicht wegknallt. Was ist denn? Was ist denn? Seht ihr das alles? Seht ihr das alles? Ähm, okay. Ähm... Und... Vor allem die Sammelmappen. Ja, die Filme muss ich noch vorstellen, die da so stehen. Ähm... Ähm... So, das wollen wir wieder hinsetzen. Habt ihr jetzt genug gelästert, ja? Ähm... Oh! 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 Jens, schau mal. Schau mal, wenn ich jetzt spiele. Das muss ich jetzt gewinnen. Das muss ich jetzt gewinnen, ne? Das muss ich jetzt gewinnen, ne? Volle Konzentration jetzt. Äh... Alles klar. Und da Scheiße Seguros Diabula Scheiße Naja, unentschieden Ja, sag ich auch Ja, sag ich auch So, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen Ja klar, schau ich doch, Tennis Unsere Damen haben ja Fat Cup gewonnen Somit steigen sie ja nicht ab Und ja So besser Ich kann jetzt so sitzen bleiben Ich habe hier noch eine Maus Gott sei Dank hat euer Team kein André Oh, schau dir Die Schau Die Schau Oh, da hat er dich ab Hat dich aber schwein gehabt Ja, klar Hat Spaß gemacht Sehr schön Danke, dass du da warst Und nach dem Stream Schaue ich dann mal Auf den Kommentar Und wir sehen uns dann Donnerstag Eine schöne Nacht Ja noch Ja noch mal Ja noch mal Ja noch mal Gute Nacht. Wieso haben manche Leute ungewöhnliche Dieben drin? Sieht schon geil aus. Sieht schon geil aus. Ach so, jetzt sind sie alle raus. Ach komm, machen wir doch auch hier. Das Board Pick möchte ich jetzt noch hinter mich bringen und dann mache ich auch für heute Schluss. Ach so. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja gut, dann soll es das gewesen sein für diesen Stream. Okay, ich hoffe, ihr schaltet am Donnerstag auch wieder ein, wenn es heißt, ein Livestream von BW Supercard. Achso, ja Patrick, ich mache jetzt sowieso Schluss, weil ich bin fertig für heute und 2 Stunden in 42 Minuten reicht auch eigentlich. Chopper Wade. Was ist mit euch los? Patrick, bis dann. Hatte ich eigentlich, aber es hat dann mal geleckt und dann habe ich sie wieder ausgemacht. Francesco. Und ich mache jetzt sowieso aus diesem Stream fast 3 Stunden, das reicht. Aha, alles klar. Ist ja schon offline jetzt, der Edel Chopper. Alles klar. Na, ich mache jetzt auch Feierabend und Donnerstag werde ich mal wieder streamen. 205. 205. 205 habe ich, haben wir. Aber da ist unser Deck noch leider zu schwach für die WrestleMania-Karte. 106. Gut, Jungs. Also, da macht es noch, ja, dann haut es rein, dass er den noch bekommt. Wie viel war das jetzt? 703 und 840. 780. Na ja, dann haut es rein und dass er den noch bekommt. Ok, also gutes Nächte Jungs, wir sehen uns, Servus.